Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Filmnische. Heute haben wir mal wieder einen etwas älteren Film dabei, nicht ganz so alt, aber Anfang der 80er. Hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und damit geht es heute um American Werewolf, oder wie im Original heißt, ein American Werewolf in London. Die halbstarken oder jungen Erwachsenen David und Jack machen eine Reise durch Europa und sind jetzt in England angekommen, in der Nähe eines Moors, eher eine sehr provinzielle Gegend, eher sehr dörflich. Da stapfen sie rum und es ist eher abends, gehen dann in die Kneipe und werden direkt sehr unhöflich begrüßt oder eben überhaupt nicht begrüßt, eher mit Blicken durchbohrt. Die ganze Kneipe ist auf einmal still und dann möchten sie da kurz was zu sich nehmen und werden auf ein paar Eigentümlichkeiten aufmerksam. So ein Pentagramm an der Wand mit Kerzen. Die Dörferwohner sind sehr verschwiegen ihnen gegenüber. Sie manövrieren sich dann ein bisschen ins Aus, indem sie komische Fragen stellen und natürlich ungern gesehen sind. Und als sie dann die Kneipe verlassen, sieht man, wie die Dörferwohner sagen, ja, die Hälfte, können wir die jetzt zu dieser Zeit überhaupt rausschicken? Es ist nachts, es ist Vollmond. Naja, was wird da wohl passieren? Und dann sieht man eben, wie sie ein bisschen rumstromern, suchen zu wollen zum nächsten Ort, aber es passiert, was passieren muss. Sie werden attackiert von einem Fellbatzen mit Zähnen, halb Mensch, halb Wolf, halb Schweinebemann. Dann kommt es dazu, David ist verletzt, Jack stirbt dann. Und dann finden wir uns wieder mit David im Krankenhaus. Er weiß gar nicht, was passiert ist, ruft nach seinem Kumpel Jack, aber der ist eben gestorben. Und dann geht es so weiter. Dann lernen wir Jenny kennen, die Krankenschwester. Und dann ist natürlich klar, irgendwann wird sich auch David verwandeln. Und das ist so ein Hauptteil des Films. Also wir sehen, wie David im Krankenhaus ist, dann geht es ihm besser. Dann wird er von Visionen, von Träumen heimgesucht. Er sieht immer wieder den toten Jack vor sich, der ihn warnt. Du wirst auch zum Wehrwolf. Natürlich kommt es dann früher oder später auch dazu. Aber das dauert eine ganze Weile. Es wird schon aufgebaut. Und überraschenderweise hat der Film auch einige humoristische Einlagen. Also David haut dann immer ein paar witzige Sprüche raus, irgendwas mit. Und der fährt uns voll in die Parade, wir platzen die Hutschnur, so ein bisschen altbacken. Und auch die Skollendiaten-Mitarbeiter, die dann kommen, haben auch ein paar witzige Sprüche drauf. Oder macht Knall neben einem die Tür zu und so weiter. So zum Schmunzeln schon durchaus was dabei. Ich muss aber sagen, dass ich am stärksten immer noch die Anfangsszene empfinde. Als sie da im England sind und im Moor da umherwandern. Und es ist alles dunkel mit wenig Musik und man sieht Nebel. Und wenn sie dann aus dem Gasthaus rausgehen und der Wolf sie attackiert. Das ist wirklich schön schaurig. Und auch das Wolfsgeheul, das man mehrmals hört im Film, ist auch wirklich angsteinflößend. Also da macht der Film besonders Spaß. Dann geht es immer wieder, ein Thema ist, naja, es sind junge Erwachsene. Das heißt, es geht die ganze Zeit um Frauen. Und David findet die Frau toll und die andere. Und da geht es um den Beischlaf. Hast du schon den Beischlaf mit dir gepflegt oder etwa nicht? Naja, und das ist aber auch zwischen Jenny und David dann so. Also Jenny ist die Krankenschwester, die sich um ihn kümmert. Da geht es dann schon sehr schnell zur Sache. Und so viel mehr hat der Film dann auch gar nicht. Ist aber trotzdem unterhaltsam. Auch die Effekte, wenn er sich dann in den Wehrwolf verwandelt. Also wie sich dann die Gliedmassen ziehen und die Haare und so weiter dann wachsen. Das sieht schon alles überzeugend aus. Wenn der Wehrwolf dann angreift, ist es eher minimalistisch gehalten. Also man sieht dann, ich bin da an Evil Dead erinnert, die Kamera, die hinter den Opfern hinterher rennt und ihnen hinterher eilt. Das macht dann schon Spaß. Man sieht den Wehrwolf vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn man ihn sieht, dann haut es schon rein. Also diese gelben bösen Augen schauen einen dann an. Das ist schon spaßig. Ich hatte mir allerdings ein bisschen mehr Atmosphäre gewünscht, weil er denn eben viel in der Stadt spielt. Und dann diese Witze mit dem Arzt und David sind dann schon irgendwie auch Mittelpunkt. Und dass er sich dann bald verwandelt und da wird mehr drüber geredet, als es dann leider letztlich passiert. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Atmosphäre gewünscht zu ihrem Anfang, aber so ist es nun mal. Auch immer wieder kommt es dann zur Sprache, dass Jack dann immer wieder auftaucht als Leiche und die dann sozusagen heimsucht und ihn warnt. Und dann kommen auch andere Leichen, die er dann nochmal, die er dann in der Zwischenzeit gerissen hat. Und da kommen dann auch witzige Dialoge vor, wenn sie ihm dann vorwerfen, ja du hast mich getötet. Das ist aber nicht sehr nett und allerhand ulkige Szenerien tauchen dann auf. Alles in allem ist natürlich schon eine Empfehlung. Ich hatte mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Die Werwolf-Sequenz, die man dann gesehen hat, wie er sich verwandelt, wie er die Beute reißt und auch gerade das Heulen ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das ist schon schaurig. Auf jeden Fall, ja, eine Empfehlung, das ist ja ein Klassiker, kann man sagen, denke ich. Was mögt ihr denn so für Werwolf-Filme? Welche könnt ihr empfehlen? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert die Film-Nische und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.